Musik Wenn die kalten Tage näher rücken, wird das Fell des Pferdes länger. Das sogenannte Winterfell legt sich das Pferd zu, um auch bei kalten Temperaturen geschützt zu sein. Doch das Teddyfell kann beim täglichen Training schnell zum Hindernis und einem gesundheitlichen Problem werden. Denn durch das dicke Fell schwitzt das Pferd bei der Arbeit sehr stark und benötigt ziemlich lange, um wieder zu trocknen. Damit man dem Pferd weder das starke Schwitzen zumuten, noch eine Erkältung riskieren muss, kann man es zum einen frühzeitig eindecken, um eine zu große Winterfellbildung zu vermeiden oder es scheren. Vor dem Scheren sollte sich der Pferdehalter überlegen, wie viel das Pferd in der kalten Jahreszeit arbeiten soll und ob es im Offenstall, viel auf dem Paddock oder in der Box steht. Generell müssen geschorene Pferde eingedeckt sein. Wie dick diese Decke sein sollte, hängt von der Schur, der Haltung und der Empfindlichkeit des Pferdes ab. Askan bekommt eine sogenannte Deckenschur. Diese legt die Flanken, den Hals, die Brust und den Bauch frei. Das Fell des Pferdes sollte zum Scheren sauber und trocken sein. Die Schermaschine muss mit scharfen oder geschliffenen, sauberen Klingen einsatzbereit sein. Auch während des Scherens sollte man immer wieder den Scherkopf von Haaren befreien und einölen. Wer nicht frei Handscheren will, kann die grobe Markierung des Schnitts mit Kreide oder einem Kohlestift vorgeben. Es ist darauf zu achten, dass das Pferd nicht auf das Kabel treten kann. Steffi legt sich zum Scheren das Kabel der Schermaschine über die Schultern, damit dieses nicht im Weg ist. Bei besonders ängstlichen Pferden kann zu Beginn auch mit einer kabellosen, leiseren und handlicheren Schermaschine zur Gewöhnung gearbeitet werden. Askan ist ein alter Hase im Schergeschäft und wird daher gleich mit der leistungsstärkeren Maschine geschoren. Es empfiehlt sich das Pferd zunächst mit der Schermaschine und vor allem mit dem Geräusch vertraut zu machen. Wird ein Pferd zum ersten Mal geschoren, sollte man es auch an die Vibration des Geräts gewöhnen. Steffi beginnt an Schulter und Hals. Hier ist das Pferd am unempfindlichsten. Die Scherbewegungen müssen immer gegen die Wuchsrichtung des Fells gehen. Hautfalten sollten straff gezogen werden. Steffi schert erstmal grob an der Markierung entlang. Die Feinheiten macht sie zum Schluss. Das gesamte Langhaar, auch unter dem Bauch, wird geschoren. Sollte das Pferd zu kitzelig sein oder nicht stehen bleiben wollen, sollte eine zweite Person hinzugezogen werden, die helfen kann, das Pferd zusätzlich festzuhalten und zu beruhigen. Wer ein Pferd hat, das am Sattelgurt empfindlich ist, sollte die Gurtlage beim Scheren auslassen. Während des Schervorgangs sollte darauf geachtet werden, dass die Maschine nicht zu warm wird. Sie sollte regelmäßig gesäubert und ein-, zweimal während des Scherens geölt werden. Bevor Steffi die andere Seite von Askan schert, markiert sie auch hier wieder grob den Teil des Fells, der stehen bleiben soll. Für die Feinheiten und schwer zu erreichenden Stellen nutzt Steffi wieder die kleine handliche Schermaschine. Im Anschluss sollte das Pferd gründlich von den losen Haaren befreit werden, um ein Jucken unter der Decke zu vermeiden. Beim Reiten an kalten Tagen sollte nun immer die Abschwitzdecke dabei sein. Diese kann nach dem Warmreiten im Schritt runtergenommen werden und sollte nach dem Arbeiten gleich wieder auf das Pferd gelegt werden, damit es sich nicht erkälten kann. Das atmungsaktive Fließmaterial der Decke ermöglicht den Abtransport des Schweißes an die Oberseite. Erst wenn das Pferd trocken ist, kann im Stall umgedeckt und die Winterdecke angezogen werden. Bei Schuhen, bei denen auch der Nierenbereich des Pferdes geschoren wird, empfiehlt es sich im Winter mit einer Nierendecke zu reiten. Diese hat die gleiche Funktion wie eine Abschwitzdecke, kann durch ihren Schnitt aber auch beim Arbeiten auf dem Pferderücken liegen bleiben. Wir zeigen alle gängigen Schnitte im Überblick. Mit der passenden Schuhe und der richtigen Decke steht auch im Winter dem täglichen Arbeiten mit dem Pferd nichts im Weg. Untertitelung des ZDF für funk, 2017